das hört sich toll an eines skeletts aber wenigstens zensiert so ich habe den schlüssel für diesen verdammten staul ab geil er ist gelegt untersuchen ich wusste dass das passieren würde deswegen lass ich normalerweise immer die finger von gräbern ja ja du hast keinen fall den rühre ich warum denn ich weiß auch nicht was bringen soll aber egal na gut mit dem ist bestimmt noch irgendwas machen aber erst mal ich glaube es einfach nicht der schlüssel passen alter was soll ich jetzt machen ach so ja ich weiß ja weil wir wissen wir wissen natürlich bei der schlüssel passt wir alten schlauen kinder pass auf denn der schlüssel passt in der machen wir es so pass auf windmühle so kann ich abkürzen ist ja geil so was ist in der schlüssel in der in der in der truhe so was der kleine schlingel gehört also gar nicht zum damm sondern zu dieser kleinen truhe der kleine schlingel gehört ganz wo an naja was da drin da ist sowas wie eine notiz drin und eine amtliche ladung sprengstoff ich nehme die sachen mit allerdings wird mir der sprengstoff ohne eine lunte wenig nützen ich finde so kann man einfach arbeiten so page 32 da steht nur tagebucheintrag 23 der mai 1821 was auch immer das bedeuten soll ja wollen wir reinschauen hier dieser tagebucheintrag stammt vom 23 mai leider sind einige stellen verwischt ok x plus 3 gleich 7 heißt x gleich 5 mathematik so ich bin hier du bist hier schnabeltier nein ich bin hier ganz regungslos kann nicht sehen denn ich bin groß ich wachse doch frei bin ich kaum sie mich an ich bin ein ähm 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 raum schaum ähm kaum nee kaum und kaum reimt sich schlecht ähm saum äh pflaum ähm pfff ich hab keine ahnung was ich auf baum reimen könnte also was ich auf kaum reimen baum naja egal jetzt habe ich mich selber gespoilert scheiße ne ernähre mich mit alkohol ist in mir drin da ist es hohl streichle mich mit einem tuch hol die flasche komm schon suche ein das musst du dann noch tun hände drehende die in mir ruhen finde raus wann ich geboren weißt du es nicht bist du verloren ja ich hab überhaupt keine ahnung was sie vor mir will wir lesen noch mal okay regungslos du bist groß kaum naja was du wohl bist riesen überraschung ein traum richtig nein ähm alkohol heißt wir brauchen den glasreiniger weil ethanol ist alkohol streichle mich mit einem tuch ja die hände drehen die die in mir ruhen und geboren ist er wahrscheinlich am ersten mai 1821 das macht sogar irgendwie alles sinn und da der opa ganz tiefen entspannt ist kann uns das richtig egal sein baumrinde aha dann wird mal abgerubbelt hier denkt euch einfach euern teil wer hätte das gedacht unter der farbe ist eine klappe zum vorschein gekommen okay der alkohol hat die farbe auf dem baumstamm aufgelöst jetzt ist eine kleine klappe zu sehen okay im stamm dieses baumes ist ein versteckter tresor das ist krass ähm kann ich den angucken interessant die klappe ist mit einer art schloss versehen ähm erster war das 23 was nicht day month year year 1 5 23 war es nicht erster mai ähm total entspannt vielleicht habe ich mich verguckt das kann auch sein wir machen uns vom acker stand es oder stand es im tagebuch irgendwo drin noch 23 mai ne wahrscheinlich nicht was was hineingehen achso hier rein war da noch was drin sie ist leer hm hier was der erste mai wurde angestrichen darunter steht 21 der erste mai 1821 probiere ich nochmal 21 na hab ich ja du sollst ja auch gucken man interessant ja so yes hab ich mich doch vertan schade also ja ist gut weil es ist jetzt richtig aber hallo denn wow eine ganze kiste voller innen lunden wie geil ist das denn wir sprengen die scheiße in die luft alter wir sprengen den shit bitch ich habe die lunden am sprengstoff befestigt wir sprengen den shit bitch ist doch ganz normal dass man man einem spliff ein tipp gibt was auch immer achso ja wir haben jetzt natürlich ich hab schon kombiniert alles klar lasst uns die scheiße in die luft sprengen 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 kowski nach alter russischer art oder so ich habe den sprengstoff wunderbar ähm so die lunden sind gelegt oh das war eine ziemlich lange lunte mein lieber herr und weil es eine innen lunte ist brennt die also geht die durchs wasser durch und aufgepasst wow das war laut kaboom was zum teufel war das joshiii ich habe den staudamm gesprengt ja ich merks haben wir noch eine aufgabe nein gelange zur absturzstelle ähm ja witzige geschichte achso du vielleicht lucy bist du immer noch entspannt du bist einfach überhaupt nicht entspannt diga du bist überhaupt nicht entspannt und ich wollte nicht zu windmühle verdammt jetzt dachte ich das kann ich mit dem reden das ist schon mal nur unverschämt da will man einmal sozial interagieren mit menschen und dann kommt so was bei raus na gut abschluss stelle schwimmen 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 So. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Man nennt den Rufus. Oder auch nicht. Der Container scheint ein Signal auszusenden. Aber er ist fest verschlossen. Ich hab schon den Namen von unserem Typen vergessen. Der war auf jeden Fall irgendwas mit Captain. Captain Crawl? Nein. Oder doch? Ich speicher erst mal kurz. Okay. Dann, ähm, Hauptmenü. Jaja. Ich will jetzt wissen, wie der heißt. Captain Brave. Captain Brave. Ist ja nicht so schwer. So. Bitte. Captain Brave, wir haben etwas zu tun. Hm. Geht nicht. Schade. Da steht nur Tagebuch. Gut. Das braucht man nicht mehr. Asche. Karte. Können wir den? Hey. Gute Idee. Ich schraube einfach das Schloss ab. Wuh, wuh. Manchmal bin ich über meine Genialität selbst überrascht. Ich bin über etwas überrascht. Ich hab das Schloss abgeschraubt. Und aufmachen. Und rein da. Dann wollen wir mal einen Blick hineinwerfen, oder? Wir können auch... Wir können auch... Was? Wunderbar. Robert, die Rettungsmission ist feierabend. Alter, was? Hat ihr das Notsignal gewendet? Das war mein hibbeliger Kollege hier. Hör zu. Lass uns einfach hier im Kino... Alter, was zum Fing? Robert, wir müssen ihm doch von den Plänen erzählen. Ich habe gesagt, du sollst den Mund halten. Hast ja gesehen, wohin dein ewiges Geplapper geführt hat. Welche Pläne? Ach, nichts. Albert leidet manchmal an Wahnvorstellungen. Ach, schmarrn, das stimmt doch gar nicht, Robert. Das Universum ist relativ. Sag ich doch, Wahnvorstellungen. Was weiß der schon von Relativität? Dummkopf. Relativität. Relativität. Mich brauchst du nicht anzuschauen. Der Dummkopf ist der Kerl neben mir. Also, es geht in dieser Theorie darum, dass... Beachte ihn einfach nicht. Du hast uns aus dem Container rausgeholt und jetzt kommen wir schon alleine klar. Mein Robert, ich will meine Erkenntnisse doch der Welt mitteilen. Ja, das glaube ich dir gern. Deswegen waren wir ja fünf Tage in diesem Container eingesperrt. Ja, das ist ja auch eine Frechheit hier, dass man ja nichts erlaubt bekommt. Ja, verschämt dich. Rock und seine Männer haben uns entführt, weil wir... Halt den Mund, Albert. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns einfach irgendwo hinbringen könntest und die Sache einfach vergisst. Das geht leider nicht. Ich muss über die Vorfälle hier Meldung machen. Ich nehme euch mit aufs Revier und dort könnt ihr dann Anzeige erstatten. Das ist wirklich nicht nötig. Ach, lass uns einfach hier zurück und mach dir um uns keine Sorgen, ja? Ihr müsst mit mir mitkommen. Im Leitfaden der Weltraumpolizei steht ganz klar, ähm, unter Paragraf 17, Nummer 5, der Polizeibeamte muss nach einer beendeten Geiselnahme dafür sorgen, dass die Opfer aufs Revier gebracht werden, um eine professionelle medizinische Versorgung zu gewährleisten. Medizinische Versorgung? Warme Milch und Kekse. Oh, Robert, können wir nicht? Bitte, bitte, bitte. Nein, verschwinden wir von hier, bevor Red uns findet. Alter, das geht nicht. Wen meinst du damit? Lucy? Was? Nein, sie ist eine kaltblütige Säugnerin, die... Hände hoch und ganz langsam... Oh, oh. Lauf, Robert, lauf! Was? Wie ich sehe, hast du sie gefunden. Was haben sie dir erzählt? Ähm, nicht viel. Weißt du eigentlich, dass du gegen das Gesetz verstößt, wenn du einen Ionenstrahler auf einen Weltraumpolizisten richtest? Mir doch egal. Bist du allein? Natürlich nicht. Da bin ich, Captain Brave, mein Fähnrich Jirschi Kralek und unser treuer, hochmoderner Roboter namens Robretter. Und wen hast du über den Fund informiert? Niemanden. Ich wollte gerade... Ausgezeichnet. Moment, ich muss meine Leute kontaktieren. Brian, bitte komm. Äh, Leo. Äh, Leo. Äh, Leo. Ich habe Gesellschaft bekannt. Einen habe ich erwischt. Irgendwo in der Nähe ist wahrscheinlich noch einer. Finde ihn. Schütz ihn in fünf Minuten damit voll, wie böse und gefährlich du bist. Du kennst das ja. Und danach erschöße ihn. Wir sind von der Weltraumpolizei. Laut Gesetz ist es... Halt den Mund, oder du hast gleich keinen mehr. Du solltest besser auf ihn hören. Er ist verrückt. Tu, was dieser Winzling sagt, Bulle. Äh, was? Ja, Brian. Woher weiß ich, wer der, äh, Bulle ist? Das ist leicht. Er ist eine magische Kreatur des Dschungels mit Flügel. Äh, wirklich? Nein, du Tate. Er ist ein Fähnrich. Also hat er eine rote Polizeiuniform mit einem großen Stern auf der Brust. Ah, alles klar. Ist schon so gut wie erledigt. Äh, Fasch. Unglaublich. Aber was soll's. Wer ist der dritte Kerl, den du erwähnt hast? Wer? Rohbretter? Meinst du dieses Holzfasch, das ich im Schumpf gesehen habe? Holzfasch? Meinst du Holzfasch? Hab ich doch gesagt. Nein, du hast... Ich weiß, was ich gesagt habe, verdammt. Diesen Kasten rüber. Ganz vorsichtig. Ich hab dich leider nicht verstanden. Diese robuste Kiste da. Hm? Den Stahlkanister. Ich verstehe nicht. Den Container. Ah, den Container. Ja, schieb den Container rüber. Vorsichtig. Du willst sicher nicht, dass mein Finger abrotzt. Äh, was? Ja, Brian. Ich hab den Reihen. Äh, nicht gefolgt. Das ist inakzeptabel. Finde ihn und hör auf mich zu nachts nicht beschäftigt. Äh, ich habe Delly gefunden. Gut, dann könnt ihr ja zusammen gehen. Boss, ich glaube, Delly ist, äh, tot. Lass ihn mal an Schwung gerät. Was ist denn los? Er gibt keinen Nux von sich. Er wurde, äh, verstorbisiert. Verstorbisiert? Das kann nur bedeuten, dass... Du hast dich schon genug eingemischt, Brave. Sag lebe wohl. Was zum... Diese verdammten osteuropäischen Waffen. Alles Schrott. Das ist die Gelegenheit zu fliehen. Unladestand? Ja, wohin fliehen was? Normal. Ich wüsste nicht, was das... Ja, ich auch nicht. Können Sie abschließen? Lieber nicht. Ja, wohin soll ich denn fliehen? Ich muss die... Funktioniert. Funktioniert wieder. Komm zurück. Verdammt. So, jetzt werden wir die Sache ein für alle mal zu Ende bringen. Sag lebe wohl. Verdammt. Ja, aber wohin soll ich denn fliehen? Ich habe ja keine Möglichkeit... Ähm... Pfff... Asche. Alter, das kannst du nicht machen. Ja, war ja auch Asche. Hat auch nicht gebrannt, Junge. Mädel. Schnell, Jungs. Rein mit euch. Das brennt. Oh mein Gott. Propeller, Robretter. Propeller. Es wird dramatisch. Verfolgungsjagd. Wie in einem guten Krimi. Ähm... Heinrich Kralek wurde bewusstlos geschlagen. Robretter, schnell. Bring Kralek und die Aliens zum Raumschiff. Ich werde sie aufhalten. Wer ist sie? Und warum? Und wo? Und äh... Ich bin hier. Komm raus und beuge dich dem Gesetz. Ja, aber was? Äh, und wo? Und stelle dich meinem Mut. Ja. 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 Ja.